es ist ein liebes abenteuerfilm und wie ich aus persönlicher erfahrung weiß liegt man gerne zu hause auf dem sofa vielleicht auch mit seiner liebsten arm in arm oder so und erfährt ferne länder und schöne sachen und schöne bilder und kann sich quasi so von zu hause in eine ferne welt hinein träumen das sind meine lieblings erfahrungen auf video aber schaut ruhig selber rein und erfahrt kambodscha und ein großes liebes abenteuer was man hat wenn man noch jünger ist und wünsche euch viel spaß dabei ich schaue und kontrolliere wo der film steht